Babybauch mit Punkten. Die Herzogin von Cambridge kam am Punkt für eine Tour durch die Harry Potter Filmstudios. Kate Middleton besuchte gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz William und seinem Bruder Harry die liebsten Studios in Hartfordshire in England. Die 31-Jährige zeigte ihren großen Bauch in einem Polkadot-Kleid von Topshop, das sie mit einer schwarzen Jacke kombinierte. Die Royals bekamen Zauberstabunterricht und eine Special-Effects-Vorführung in Diagon Alley. Die Herzogin hatte eine anstrengende Woche, in der sie die National Portrait Gallery besuchte. Sie trug ein hellblaues Kleid und betrachtete das neue Porträt von Prinz William. Sieht nach einem magischen Tag für William, Kate und Harry aus.